das frühlokal michers kennchen in essen tiersteher jürgen und sein team kümmern sich um den einlass immer wieder kommt es zu problemen weil meistens betrunkene gäste sich nicht an die hygieneregeln halten die impf ausweiter rausholen hier vollständig geimpft aber mir also das ist ja wie leidigung aber sowieso da kann es wieder geht also ich habe geklaut Du hast geklaut? Warte, warte. Guten Tag. Bitteschön. Ich hab geimpft. Komm rein. 21. Wer ist das? Scheiße. Du darfst gar nicht weinen. Es ist kein 14-Tage. Kannst du, ja. Ja, Schatz. Ich bin hier. Dein Schatz ist hier. Geht nicht. Wo ist er denn jetzt? Warte. Ja, weil du musst einmal nach vorne. Du musst einmal mit nach vorne gehen. Du musst einmal mit nach vorne gehen. Was ist denn hier jetzt? Du musst, wenn du vollständig geimpft bist, hier steht auch. Geht nicht. Plus 14 Tage. Und der ist erst am 30.08. Das ist fünf Tage erst. Du musst, um vollständig geimpft, musst du 14 Tage warten. Das ist erst vor fünf Tagen. Ich muss wissen. Guck mal. Trotzdem 14 Tage. Trotzdem 14 Tage. Doch, doch. Doch, doch. Nein, nein, nein. Hat er ein Impfdingens? Vorliegen? Doch. Hast du das gemacht? Ja, hier. Ich muss Pippi machen. Johnson ist einmal. Aber Moderna zwar. Johnson ist nur einmal. Nur einmal. Ihr braucht ja nicht zweimal. Ja, du hast zum Beispiel auch nur Dingens. Nein. Ich habe nur einen. Biotech. Das ist auch nicht richtig. Johnson ist einmal. Genau, auf einmal. 14 Tage. Zwei Wochen. Warte, Amerika schon. Einmal durchgehen. Da vorne einmal rum. Einmal erwarten. Ich muss Pippi machen. Was steht da drauf? Ja. Zwei Wochen sind 14 Tage. Ja, bei *** laufen. Ja, geht. Entschuldige mich. Ja, warte. Entschuldige mich. Wer macht das schon? Einmal warten. Jaaa. Soll ich für dich reden? Hä? *** hat nur seine erste Info von zwei. Und seine Freundin hat es, äh, Johnson & Johnson. Und da draußen. Ja, diese... Ja, okay. Soll ich mich schon mal da vorne? Ey! Wo lässt du hier noch rein? Ich nicht. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Mann. Mein ***. Mann. Oh Mann. Ich hab nur zwei Hände und einen Schwanz. Hör mal zu! Nein. Das ist meine Auswahl. Komm mit. Immer einmal mit da vorne. So. Das auch. Michael, es geht um die. Nein, nein, nein. 14 Tage. Hier. Ja. Geht leider nicht. Du musst 14 Tage sieben. Das ist der andere. Scheiße. So, weiter. Er hat nur eine Info von zwei. Geht auch nicht. Du musst nur einen PCR-Test holen. PCR-Test holen. Wo können wir den raus? Ja, musst du hier bei Delta. Schicke ich dir. Ja. Dann musst du Donnerstag holen. Dann hast du ein Freitag. Ich hab mich so lange gefreut. Ich lieg jetzt rein. Ist meine Konzession direkt durch. Ich hab nur mit den Auflagen da dran. Nur PCR-Test oder Geimpfte. Sonst verliert man die Konzession sofort. Ich hab doch 14 Tage. Was? Ist aber noch nicht. Dann musst du noch mal 14 Tage warten. Danach noch mal. Du musst jede Woche PCR-Test holen. Aber Respekt. Ich nicht. Das sag mal. Da muss die Regierung sagen. Mir nicht. Ich hab die Auflagen gemacht. Tut mir leid. Was ist los mit dir? Ich gar nicht. Ich bin... Ich kann mal zur. Dann guck mal hier. 14 Tage. Hat er recht? Geh. Nein, und wenn sie kommen, da ist meine Konzession weg. Ich bin froh, dass ich wieder aufmachen darf. Meine Jacke. Darf ich wieder zu machen dann? Geht drei Jahre oder was? Micha. Bis jetzt auch nächste Woche, Bruder. So. Oh, der... Ich hab ich nur vermisst. 18 Monate, ich gesehen. Ich schicke dir, wo der das machen kann. Kann man nix. Kann man nix. Jegends wird's machen. Auch für diese Stammgäste ist die Party vorbei. Denn rein darf nur, wer sich an die Regeln hält. Ich bin froh. Vielen Dank.